Was? Wir nehmen auf und das erste, was hieß, häh! Das müsste eigentlich eine Anmachung auf Italienisch kommen. Häh! Poppipapi, pipipipipipipi! Omelette-Afformarsch! Ui, ui, Omelette, Omelette! Italienisch anmachen mit dem Spruch, während du in deinem Wikingerhelm... ...ähm... Sweet Jesus, was ist denn da verkehrt? Während ich mit meinem Wikingerhelm mein Asthma verreck... Richtig! Obwohl ich mit meinem Asthma hopp! Wohle, hör auf, mir alles nachzumachen! Bist du dir sicher, dass du Kars brauchst? Weil ich mein, ma-ma-ma-ma-ma war's ja nie, gell? Ma-ma-ma-ma war's ja nie! Ma-ma-ma-ma war's ja nie! ...ih, he-e, he-e! Ma-ma-ma war's ja nie! Wir gehen zum Noten schlachten! F-haha, unglaublich! Rudolf! Ma-ma... Ma-ma war's ja nie... ...man geht zum Noten schlachten! ...ni-ni-ni-ni-ni... Ma-ma war's ja nie... N-kee-ee-nee... Nein, 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 Wulat! Nein, 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 nein! Ja, was ist das? Man weiß ja nicht, nicht, nicht! Wie gut, dass wir so'n Scheiß nicht aufnehmen. Oh, Moment! Wulat. Man weiß ja nie! Was denn? Danke. But wait, there's more. What? Unbedingt, ja. But wait, there's more! If you, if you, if you, if you... If you, if you, if you, if you have a sentence now, you get two for free! But I want four for five. You get three for twelve. For me you get 0815. Yeah, for me you get a quarter of four. Just don't make no fucking sense. Yeah. That's the end of the day, man. Which one would be? Ivas. Ivas is old. Aaaaah! Hm? Sweet Jesus! Hm, mm, 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 mm. Chesus. Oh my god. Chesus, magst du mich? Twonchus longus. findest du diesen namen etwas seltsam von meinem guten freund wer schnappt sich die dinge da ich schnapp mir jetzt noch das da und ich schnapp mir noch das da okay höre ich da greet höre ich da greet der dem geringsten greet doppel greet hassh hassh Doppelhaass Mad of God Mad 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 da jaja 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 Plexus tat das jaja auch physios 하지 ich lerne ich lerne und sie Phil zumal zu baut wo er ist vielleicht betrunken aber kein besand doch ich bin besand er hat die pasche ist es stimmt die muss man die ob es schon noch schneiden jetzt diesmal alle geschehen ihr beide erb am gipfel mannig noch also ich bin ja am gipfel mit diesem gipfel kreuz ihr präger und schuldiger erster sparen oder erster spacken so etwas beschimpft warum ist dort bergfahrt wir müssen mehr geschütze bauen wir müssen mehr geschütze haben sie schon unser antigeschütz probiert jetzt mit 25% mehr klöten mit Hakenkreuzschaltung und ich teste Dragon Balls die DRAGON BALLS das ist so der mit daneben die DRAGON BALLS jetzt freesidee heist die DRAGON BALLS I CAME IN LIKE A STURM die DRAGON BALLS 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 denn da bist du ja die DRAGON BALLS die dich zurückge Swext die DRAGON BALLS aber wir haben weiß nie oder was hier Er fühlt sich einfach nicht danach, also. Ich sag nur alles ganz schön. Ich sag, ja eben. GANZ! 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 Catch ya! GANZ! I'm never going to do it again. I'm never going to do it again. GANZ! Ich geb' in Laikesturmgeschütz. GANZ! Also, ich hab' noch nie einen Ried, dass so wenige Fax geben sind. Geht schon sein, hol dir die andere Masse vorkommen um dich herum. GANZ! Muss erst das Teil ausbauen. Zuerst Masse vorkommen, du brauchst mehr Masse. GANZ! Ich brauch' mehr Energie. GANZ! Und GANZ! 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 Ich geb' in Laikesturmgeschütz. Wie immer das dann ausschaut. Is that my Gauss Rifle? Maun auf die Knie erscheiben. Weil's weh dort. Axtus Verdammtus. 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 Das sag' mal verdammte Hocken, du. Erzeug' mal du Lurch! Auf ne Skala von 1 bis NEH! Wie laut bist du grad? Heck hart! Wer näher! Glaub' die Russen kommen. Yo-Yo wurde besiegt! Ja na! Vielleicht hab' Angst! Franz! Ich hab' hier ganz ganz groß Angst stehen. Und Hass! Jo-Yo, hoff's Morg. Als Haft-Heig! He-Heig! 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 Cringe! Cringe! So, wo denn wie kennt sich dieses Phänomen? Ehhh, cringe! Ah, komm schon! Das ist übrigens ein GANN Schipp bei dir! We need more Lemon Pledge. Was für ein Vieh? Das Vieh. Was ist Lemon Pledge, bitte? Einspülung von Family Girl. Ehhhhhhhhh... Na doch. Nichts fresh? Fragezeichen. I have Technica. Now I can build shit that I don't need. Das hört sich sehr an... To make points that amore den Wuhles. Ja, ja, iss recht. Ja, genau. Ihr niederen Kreaturen hier. Vergiss nicht! Nur weil ich die... Nur, weil ich die intellektuell und skilltechnisch gepawnt hab. I... Del... ...lekt... Das ist dir egal. Ich kann da tiefen Weltsport ausgehen. Einfach mal den Himmel vom Stromverteiler umlegen. Dann hast du auch kein Strom mehr, Genius. Hängen unsere Zimmer zusammen? Na! Ich häng mit... Na! Ich häng mit der Küche zusammen! Tja, aber die Küche willst du garantiert nicht deaktivieren. Pfff... Das Argument ist gar nicht in den Sand verlaufen! Pfff... 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 Na, überhaupt nicht! Scheiß, hat recht! Pfff... 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 Hat gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, dass du dein Zimmer mit der Küche zusammenhängst. Richtig? Ja. Ja. Und Zane hat geantwortet, du willst sicherlich nicht die Küche abschalten. Ja. Das Argument hat damit zu tun, dass du dein Zimmer abschaltest. Hm... Juhu... Ruh? Ja. Brauche ich mal, um das zu verstehen. Ja. Iron Root. Heider? Was? Willst du mit mir über Gunship sprechen? Möchtest du mit über Flugabwehrin? Äh... Nur Prairie Freer. Pfff... Pfff... Hast du so einen Scheiß, wie sie das eigentlich samplen? Pfff... Das ist so... Nicht, wo ich gesagt habe, wirst du das sein tun. Ja. Wir sehen mit was tun. Na tun tun! Was tun? Du, du, du! 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 Du, du! 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 Bierzen mit Süßensmittel, das war schon schwer. Uhhh. Das ist aber... Ima... Uhhh. Nag'a! Na ja. Ich fasse zusammen! Ich lebe gesund, deshalb trinke ich Cola. Amen. Ja. Generaz... Generationen Aussaugen vornlich, geh. Ja. Das ist heute Mountain nen Pass. Mountain Pass! Muttaass! Multipass? Multihass Hass, Hass, Hass Hass, Hass, Hass Multihass Scheiße So, fliegen wir mal drüber Pam-pa-ra-pam-pam Pam-pam-pam Pam-pa-ra-pam-pam Pam-pam-pam-pam Pam-pa-ra-pam-pam Pam-pa-ra-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-p Kirstratt und wollen das nicht abgeschossen den ersten verschone mich er geht ihm auf den mit dem ah was verschone mich ich bin zu intelligent um zu sterben am 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 hat den zweiten abgeschossen wurde oder das ist immer noch freie Masse vollkommen wenn sich die niemand holt höre ich sie mir denn Mama ist auf freie Masse vollkommen das ist ein Argument das stimmt hier ja aber um sein vorwerfen er wäre nicht intelligent er ist nicht Intelligenz die Intelligenz Motherfucker ich mach dich kaputt ich mach dich kranken aus ja ich mach dich kranken aus ich weiß wo dein Bett schläft aber ich weiß wo dein Haus wohnt ich weiß wo dein Bett schläft ich bin deine Mutter du Urrensohn das ist immer noch der Gelbste ich weiß wo deine Küche kocht ich weiß wo dein Wohnzimmer wohnt ich weiß wo dein Server steht das war's ja wirklich äh beim Rieder im Keller naa doch bei dir unterm Regal steht Mike hieß sind die Keller noch erweiterbar das ist das Affen der Iwe wo Österreich wo Uwe unsere Hirne bleicht ja Uwe Österreich wo Manfred wo ein Knastler leicht zuverseicht der Haider sah nichts also versprache es werde Nanodrohnen Nanodrohnen Doppelnanodrohnen Drohn 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 Doppelnanodrohnen Boah wie gern zum Schlag Nanodrohnen überhaupt nicht wie kunst du da drauf äh es muss ein Gehlsern das ist ein Eingehmer an Bordtests der Knüschel Exchange dein Mama ist ein Exchange für was das ist der Handshake-Server das sind so Informatikerwitze auf einem ganz niedrigen Niveau oh ja das gibt es wie ein Niveau bei euch? ja aber wir schmernern das meistens auf die Haut der war so mies dass er fast wieder lustig war um Doppelnanodrohnen wir sehen jetzt alles wir sehen zum Beispiel es immer noch nicht geschafft hat ihr habt die scheiß Masse vorkommen verdammte Hurenstrecks scheiß Fickhoden was für Hoden? Fickhoden dann bin ich beruhigt heiler ich requeste ein ein Umfeldüberwachungs- und Ablachungssystem an meiner Grenze oder dieser Request wurde schon dreimal bei mir als heute eingegangen schon dreimal Techniker-Request ja no wir haben es nicht gewonnen wie komm ich dazu? ich könnte ja überall gehen und einfach mir einen Cap schauen oooo määäh äh dann schicke ich ihm ein Bomber auf die Los halt an Uuwe Moment, habe ich einen Bomber äh äh das ist jetzt aber auf so American Niveau, okay? ey 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 vollfahren nicht! ey ey schau' mal Höh na jetzt ehrlich einmal wo ist der hingeflogen? verlamte Scheisse nick irgendwo wo es weniger Fäkalwitze gibt Grönland komm ruhig sowohl ja steht er steht in im die in die über reich st steht dort 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 wieder was machen deine techniker bei mir ex change na wenn du ganz zu weit zu witz hupst und hörst du es so klaren so wololo 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 uwe mensch uwe jetzt mach doch mal nicht sowas du mensch nö es wird Zeit für Schild 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 wir müssen die Juden von ausrotten wir müssen die Juden von holt da reist sich so verdammt das nimmt das auf v bei machen aber da natürlich int LO ich weiß nicht mach was mit chill du machst überhaupt nichts mit du verdammter Herr ist der Weigere aber echt sag das süß scientists Hey, ich muss noch. Außerdem bin ich 700-tauglich. Was willst du von mir? Meine 8-tauglichkeit. So eine Drecksbehinderung. Und Rida, sei Vieh, fahrt wieder ab, oder wie? Das ist Vieh. Das Vieh. Das Galaktische. Wo los? Ich fühle meine Sinnlosigkeit. Ich fühle es. Ich fühle es so tief. Und ich fühle Sinnlosigkeit tieper. Super, danke. La, 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 la. Da ist der Obstler unbekannt. Und wir singen, Jo, 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 jo. Wolo, lol, 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 lol. Oleg, ihr habt einen Fall. Wunderbar. Wunderbar. Woher schon wieder mit seinen verdammten Dingen. Wunderbar. Na, ich weiß, du magst doch meine Art der Riese, die da steht. Ja. Liebe sie wie die Pest. Lülülü. Lülülü. Hm. So. Wie soll das jetzt eigentlich reichen? Was muss ich reichen? Bischof. Meistens Bergforellen. Hin und wieder natürlich auch Sumpfforellen. Oder der allgemeine Barsch. Richtig. Der Arschbarsch. Warte mal. Einmal schämen, bitte. Das war eine Dosenmitleid. Ich wollte schämen. Das war Zible Extract, bitch. Das ist halt das gute Zeug. Hoden Extractor? Hoden Extractor. Was ist mit dir? Ja, wohl Bonen. Ja, nenn mal's Bonen. Es ist ja nicht so, als wenn ich die KX-Olle gegen Anon gesetzt hätte, gell? Ich hab gefragt, ob das okay ist für dich. Du hast gesagt, ja. Ja. Das ist ein paar und ja. Dein Verteidigung ist es dann sinnloser im österreichischen Bundesheer. Na? Weil Mai verteidigen konnte wenigstens im Gegensatz zum österreichischen Bundesheer Mailand verteidigen. Niemand will Mailand verteidigen. Aber echt? Et wird es auch so, ja. Maiin Land. Denn es ist Maiin Teier. Nein. Doch. Nein. Denn es ist Maiin Teier. Maiin Teier. Maiin Teier. Maiin Teier. Maiin Teier. Gibt's denn keinen Grund, warum man mir irgendwie so Ruppenkuscheln mitzunehmen? Ja, weil 10 von ab, weil die 10 mal 10 Meter Maps wenigstens noch halbwegs schnell laufen. Sorge mal, weil die 10 mal 10 Maps wenigstens noch halbwegs schnell laufen. Der Hund träg ich viel mehr auf. Was gibt's denn? Das wär's, das wär's, das wär's der Uwe. 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 So, ich werde jetzt mal irgendwas zerbomben. Moskau. Ja, Moskau. Oder Uwe Hausen. Uwe Hausen. Können wir das uven? Ja, wir uven das. Aber nur für Manfred. Ich mach Siß. Zug auf. Weil wenn nicht Manfred dann... Ah, Uwe. Dann Uwe. Dann erst recht, Uwe. Sie ist ein Chart gemacht. Hm. Er hat was gemacht. Was? Und was? Unstart. Unstart, wenn nicht Manfred, dann Uwe. Wurw! Uwe. Ja, Heider ist es, assassiniert sich ja wieder mal durch. Er will nämlich auf Verrecken die meisten Punkte haben. Hab ich so das Gefühl. Jawolle, auf Verrecken, du verdammter Hund! Ich hab ja den jetzt nicht hingekriegt! Ich krieg woanders meine Punkte, ja? Nimm meine Mittel und Wege, Heider. Ule. Hm? Vorne. Nein. Was? Ja, hab ich. Was? Doch. Doch. Enten. Was hier denn? Was hier denn? Was hier denn? Sind doch normal, Mensch. Oh. Was hier denn? Was hier denn? Sind doch normal, Mensch. Oh. Was hier ist du denn entnit? Äh. Hauptsache, der Hauptsache der Rieder nimmt die große Rodung vor. Ich schau doch alles an, Alter. Beim Rieder ist die große Rodung am Larven. Hör doch mal geil aus, das muss man denn lassen, ey. Rieder, ich hab von dir erwartet, dass du nix mit dem Schuss den Gerater in der Wunde seine Basis brauchen. Ja, genau, du Schmarotzer. Nein, der Rieder rodet sich durch, der kennt doch gar nix! Das ist wie. Hört aber geil aus, ey. Wir blitzen. Was der Herr da arbeitet jetzt schon nach oben, aber wie heute? Da ist jetzt Rodung dran. Es tun schon mehr Einheiten roden, als die Amparagon bauen. Na dann. Das ist ja schon mal ganz gut hier. Wohle, Fettbeut. Mhm. Das ist mein dicker Junge. Zu schade, dass ich vorher in der Basis sein werde. Bitte? Zu schade, dass ich vorher in der Basis sein werde. Womit? Du bist wirklich blind, oder? Ja, guck drauf an. Bist du blind? Schau mal nach rechts. Da? Ja, war mit dicken Jungen, der jetzt schon eine schießen kann. Ja, meine sind's auch gleich. Ja, und? Du musst aber noch an einem Koloss vorbei. Ich werde nicht vorbei. Ich schier's den einfach aus der Ferne zusammen. Stell dir vor. Ich stell den Fettbeut nämlich da in die Einfahrt und lass den dann einfach roden. Eroden ist schon mein Kapitel. Erodung. Sehr erodig. Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja voll erodig. Jesus. Der Witz stirbt nicht. Aber er stirbt doch irgendwann. Der steht wieder auf! Der steht wieder auf! I don't want to die! Nein! I have to eat the shroom! So schau's nämlich auch mal aus. Der Wettbeut hat immer schon zwölf Kills. Ah! Das ist dann dieses berühmt-berüchtigte Friendly Fire von den Molerenen. So friendly ist das nicht. Ah! Und wie war das? Because I'm all about that bully. All about that bully. All about that bully. All about that bully. No drama. Drama baby. Drama. More drama baby. Drama. I need more cowbell. Also dann wohl viel Spaß mit dieser mickrigen Basis. Ja? Ich finde die große. Ah. No problem. Puhlum. Mach nebole. Die rühm. Die rühm. Denär. Denär. Heited. Der Wunda hat eernst. Gerät gestiegen. Er acquisitionet vielleicht! Erstter Melva. Schieß bereits. Bruno? Ja. Zwecks Fat moeten ex. Mit ideals zuuka. Hoh-hoh-hoh-ho-ho-hoh-ho-ho Ja? Ist ins campaigner. Also die chies rentiert. Die schießen nicht glaubt ihr. eine eigene Basis, dumm verdammt! Ja, aber sie hauen wenigstens von deiner... wahrscheinlich weg. Der erste ist weg. Der zweite ist weg. Ist der Offensive verreckt. Muss sein. Haider Skum. Ich geb der gleich Offensive Wuhle. Ja, mach mal. Warum geht bei dir die Energie weg? Baust du schon ihren Teleport Haider? Ich merke das doch. Bin doch nicht von Dumbach. Doch bist du. Nein. Doch. Bin von Dummhausen. Ich hab immer gedacht von Idiotingen. Na, das ist in der Nähe von Ranzingen. Oh, Ranzingen. Ja, Ranzingen. Da hätt... Da hätt was dann wieder. Vampingen? Ne, Vampingen, ja genau. Vampingen, find der war kreativ, ja. Das wäre dann Ludolfshausen. Mhm. Das ist Vampingen. Und warum kommt die Bierfabrik? Teil 1 und Teil 2. Ja. Ein Liebmocker, ey. So ein Feuerball Junge. Bumm. So ein Feuerball Junge. Bumm. Uiuiui. Komi. Bumm. Da war richtig schlecht. Und... Na, was redest du? Das war richtig schlecht. Ja, das war richtig schlecht. Ja, der war schlecht, ne. Die sind so lautlos. Wolle ignorierst du diesen galaktischen Klaus mit deinem Fatboy, der... Na, ja. Ich hab die Fatboy, derste von Galaktischen. Ich meine, er schießt das ganze drüber. Nein, er schießt auf dem hinteren. Also, das Ziel ist auf dem hinteren. Die Dinger haben nicht unbedingt die beste Trefferrate. Oh, sieh ich. Das sind alles dicke Junge. Das ist der dicke Maximgeschütz. Digger. Hm. Wie schaut bei der Discard dieser Seite? Ist jetzt nicht passiert, ich mach was anderes. Was denn resignieren? Ja. Ich schließe den Massenspeicher wieder auf. Ah. Ja, mein Dev da vorne ist massiv aber sinnlos, ja. Im österreichischen herr, der vergleicht tut zwar weh, aber er ist richtig. Das war ganz schnell. Ohne, du hast endlich geschafft, den ersten Koloss zu killen. Das ist der zweite schon, du vorstest nicht. Ja, schmieden sie mal her. 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 Ja, er ist so schön sinnlos. Ja. Ist eine komplett sinnlose Aussage eigentlich, aber trotzdem. Was, du schmieden sie mal her? Ja. 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 Ja, er sich so anschmied. Das. Ich weiß, Haider, du geierst darauf, den Galaktischen zu killen, aber der killt dich, wenn du rangehst. Wehe, dann schnappst du mal weg, dann ist er so abriss. Glück gehabt. I need more Heibel. Heibel. Nein, ein Heibel. Heibel. Überblast. Ja. Ja. Stabreim. Pfff. Gibt's ja, ja. Stabreim Heibel. Ja, ja, ja. Jetzt ist er wieder auf seinem hohen Niveau. Nein, wurde nicht! Witten. Na fuck? Ich hab die Raketen auf den Extraktor abgefeuert. Du bist doch ein massiver Docker, gell? Du hast schon massiv geschlagen. Ich hab nicht gedacht, dass du sofort weiter fährst. Als der Kulass hochgegangen ist, hab ich den Befehl erteilt. Ja, als der Kulass hochgegangen ist, hab ich ihn logischerweise vorgeschickt. Ich dachte, du wirst noch die 5 Sekunden, um es zu killen. Natürlich nicht. Ich muss Punkte geiern. Oh, yes! Mother. Fucking. Breadcrumbs. Jell. Oh, yes! Mava mit Mavis. Not Mavis. Das ist das offizielle Fairytale-Mitglied. Man kann's nichts dagegen tun. Das Riesgeschütze! Was ist das? Irgendwann bist du dagegen bei. Hä? Hey, es passt zu Fairytale. Es hat Natsu-Eigenschaften. Wömpf. 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 Es ist fertig. Wömpf. Wömpf. Naja, ich hab zuerst diese riesige Farm noch gebaut. Ja, gigantisch. Okay, das ist echt zu glaubt. ich habe jetzt wie viel was hast du wohl bloß 760 hast du mir Massextrakter am Weg ich habe 740 ich habe jetzt einen Weg gefunden wie ich dir die Punkte machen kann du tust beim Commander op und degraden ich kille diesen Fettball der da steht mit Bombern Hauptsache Darina schnappt uns den Extrakter weg das war das geilste jawoll der Bomber ist von am Schuss getroffen worden von Maver oder von Asgardis Meiner ja du hast mit dem Bomber den letzten Extrakter gekillt dann ist das Ding in so einen Schuss eingeflogen das wird jetzt weh tun meine Maver's dran sich doch schon na ich glaube ich konnte gar nicht so hinschirsten ah ok das ist ziemlich das Problem ist meine meine Skatis und du saugst der Punkte aus an dem's manche Leute baust wie wahnsinnig uuuhh die Frage ist mit wem hat er brauchen mit mir du verräter Sau du Arsch so wie dir getan Uwe Uwe Manfred wieder das ist nichts persönliches aber ja ha 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 fuck warum mal wieder kein Plot nein wer hat's da hinten zerlegt Alter tsch 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 Alter fahrt noch mal volles Programm man tsch scheiße beim ja u das ist Autschzeit Vor allem das war's gratis, die Monkey Lords gehen jetzt einfach spazieren. Jesus, wie viel von diesen Laufviechern hast du bitte? Genug. Ach du Scheiße. Ja und Zane sind auch alles weg. Ja. So ziemlich. Ich weiß jetzt schon, dass das Zane die Zane schon abatmung hat. Wieso? Und wieso? Immerhin wurde besiegt. Weil ich in meiner Verzweiflung versuch mit ungefähr 30 Technikern das Teil fertig zu kriegen. Es geht nicht darum, wie viel Techniker es ist, es geht nicht wie viel Masse du hast. Deine Mama hat Masse. Techniker kann nur eine gewisse Menge an Masse pro Sekunde irgendwo reinputtern. Du musst sie halt produzieren. Ich produziere ja genug Masse. Ich hab eins, zwei, immerhin drei davon. Oh Scheiße, meine Schuld ist im Arsch. Was ist jetzt los? Scheiße. Ja, deine Verbündeten, also ich zum Beispiel, wir teilen ja alle die, wenn du zu wenig Energie hast, kriegst du von uns Energie zurückgeschoben automatisch. Und Masse, wenn wir davon genug haben. Da wir jetzt dezent in Bedrängnis sind. Beziehungsweise am Arsch sind. Schiert. Ja. Genau. Das heißt, ich hab jetzt noch Probleme. Mhm. Gott. Heider, du hast doch nicht mit den Zähnen gebrochen. Doch, hattest du. Hast du denn keinen Anstand. Miiiip. Ich zeige dir jetzt den Terror des Monkey Lords. Miiiip. Ja, den Reader. Richte ihm. oder was. Achso ein Commander. Und er ist unsichtbar. Miiip, 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 Mii IP, Miiip, 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 Miiip. Beim Seen herz Die Kassier! Etwas, ja. Rieder! Lauf, Rieder, lauf! Aber du warst nicht so wie ihn, dass der Umfeld die Überwachung so zorn hat. Sweet Jesus! Ich will nicht sterben! Schön! Ja man, sweet! Bist du deppert! Ich kann euch voll übersehen, den Kleinen. Und weg mit das Gartis! Den Kleinen, ja. Nein, ne Basis! Aber wie wunderschön der Rieder jetzt obgrammt hatte. Wir können das euch voll übersehen. Ja, komplett übel. Ja. Jeder, da kommen ein und zwar... ...bis acht Monkey Lords zu dir. Fuck. ... 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 dass ich das so machen muss? Moment mal, das ist das einzige was von ihm noch übrig ist, oder? Ja. Ach du Scheiße. Lauf! Heiler baut sich den Teleport! Er löst das Problem jetzt persönlich. Wo ist das Rieder sonst noch? Ach Ried. Das bei Ried. Der Hund, wo ist er? Ich hab den zweiten Bildschirm anscheinend sehr lang falsch verwendet. Den zweiten Bildschirm kannst du halt auch zum Beispiel auf ein Detail relativ nah hintun. Ja, ich bin grad draufgekommen, dass man den überhaupt zoomen kann. Ja. Ach so, so hab ich dann gesagt, ja den kannst... Es ist ein komplett zweiter Bildschirm, nur ohne Icons. Aber kann alles was der erste erkennt. Meep! Ja. Das heißt, du kennst das eigentlich, wenn du zwei große Nehmarn unterhust, hast du ein riesiges Monstervieh bauen. Hä? Monstervieh. Monstervieh. Ja. Ja. Das ist ja unfair, Heiler. Mit den Spionageflugzeugen. Rieder! Stopp Atmung in 3, 2, 1... D66 play Private Loot wurde gelootet Gelootet seien Hatt' mir noch viel überlebti, ob er Palsi Naja Aber gut dass der Rida gebrochen ist, ha was makorte ich mit den ganzenаб 뭘 quotzen taxes Und dann брicht der Rida. ,,Dankee Hat sein müssen. Warte mal, Kills 285? WTF? Alter, was hast du aufgeführt? Hä? Aber ich hab dich in der Masse besiegt. Aber ich hab dich in der Masse besiegt, Faggot. Ich hab dich in der Masse besiegt, Faggot. Aber Energie, Energie, ja gut. Du hast dann mit den Generatorn mehr gehabt. Oh, bist du dörfer, du hast mir planiert jetzt. Plötzlich mein Kratz. D.K.X hast du gemeldet. Das ist schon Hotron. Noch ein schönes Battle Royale auf einer großen 4er Map. Battle Royale, bitte nicht. Ich weiß, was wir machen. Es wird jetzt ein lustiges Battle Royale. Es wird jetzt ein lustiges Battle Royale. Es wird ein sehr lustiges Battle Royale, Freunde. Das ist mir spannend übeles. Nicht du! It's high against the world. Trim. Trim. Seine Fraktion, sein Commander. Eigentlich ist das unfair, weil dann wird der Highlight gewinnen. Nein, nicht unbedingt. Okay. Weißt du, Chess ist aktiviert. Was? Es ist Chess aktiviert, gell? Alles mit dem, was wir starten, haben wir. Damit müssen wir umgehen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Und du hast 100-fach Masse und 100-fach Energie. Jesus. Okay. 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 Ähm. Nice. 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 Das sind Support Commander. Na? Kann ich da jetzt irgendwas Sinnvolles tun oder auch nur auf meinen Tod warten? Na, wieso? Ja. So. Meldet sich langsam her, Leck. Langsam aber irgendwie doch. Langsam aber irgendwie doch. Na, da wohl. Ja. Na, da wohl. Was ist mir... Kann sie einheiten bauen? Nein, ich probiere gerade irgendwas aber das will nicht. Bei mir geht's merkwürdigerweise ganz normal. Wie einheiten bauen? Einheiten bauen, ich kann Gebäude bauen. Der Vog? Ja, allerdings der Vog. Ist wohl jetzt aber nicht irgendwie geplant. Commander wird angegriffen. Na sein verpiss die. Na? Ach du bist es da unten. Ja! Miep! Miep! Das war das undiabolische, diabolische Lachen. Mhm. Miep! 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 Ich finde das jetzt echt insgesamt uncool, warum kriege ich keine Masse obwohl ich meinen Kommando habe? Ok Ab in den Tod mit dir Schlimm dich bitte so stark So, ich schicke jetzt meine Truppen in den Tod Mein Kommando, weil das ist ja komplett für den Arsch Scheiß Senus, eine Scheiß Tarpetus Kommando wird angegriffen Wir stehen aktiv Seiferflucht Multimonitor Seiferflucht Ich finde meine Maus nicht mehr Oh Jesus Ich hoffe einmal das war nicht meiner Ja, es ist sinnlos he Ich krieg keine Masse rein, obwohl er produzieren müssen Bleibt mir nichts anderes übrig Für Aha, ich weiß warum Der Kommando produziert im Chess Modus nichts Nur Energie, halt keine Masse Hilfskommander produzieren Masse Du hast beide Hilfskommanderen verloren Ja Wie gesagt, ich habe mir am Anfang idiotischerweise mit den Riedern gelegt Das kann passieren Wie viel Sitschdenk hat der Typ bitte noch? Wer? Riedern endlos Nicht der Riedern der Sehn Genug Doppelhaft Das darf heute interessant werden, wer das gewinnt Ich sag der Haider, weil er auf einmal aus dem Lichts Laser kommen werden Ich habe mal feier in meinem Laser Riedern nutzt die Überladung Ja? Ein Commander mit O OOOOOO Bist du deppert der Sehn randaliert uns da alle dort? Bist du das überhaupt? Aber komplett ohne den Geg- ohne den anderen überhaupt anzuschauen Machen wir mal weg Machen wir mal weg auf erhaut bis dahin Ich meine, wir hätten wohl... Ich seh vor allem, dass der Rieder mit Seid seinen Hilfskommander Kotzen mal ausspült. Tatsache... Aber ich seh genauso auch, was der Haider macht. Ja, ist ja recht. Ich hab' gar nicht irgendwas übrig. Ist ein Lacher, ehrlich. Wenn der Haider den Lacher macht, während ich Schlagreichweiter bin, krieg' er dann einen aufgelegt. Das war's auch ganz genau. Ich weiß, das hört sich jetzt aus, dass du nicht Schlagreichweiter bist. Ja. Der Rieder da. Die Motherfucker. Was hast du jetzt eigentlich... Bumm. Was sein ist, währenddessen noch mal auf Nahrung suche. Das Riederchen. Das Riederchen. Oh. Ah! Ja genau, Rieder. Hätte jetzt auch gemocht. Rieder. 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 Riederloch. Hau hast du eigentlich da was gebaut? Wollte nicht wissen, da funktionierte. Da wollte ich fahren. Da haben's konformen. Nein, ähm, seine Technikerfunktion sind immer ergangen, egal was ich getan hab. Da hab ich gesagt, okay, baue ich was? Funktioniert immer noch nicht, bauen kann anscheinend aber. Ah, okay. Ich hab mal das gewählt, was am wenigsten das Spiel beeinflussen wird. Oh. Attack-Octe-Überwachungssystem, das Ding verschirrt Enten. Nee. Wie wir wissen, Enten machen alles weg. Das Spiel ein bisschen beschleunigen. Ah, äh, warte kurz. Dabei passiert der Gott relativ wenig. Ist ein Ja oder ein Ja? Äh, ich hab nur Angst, wenn die Truppen sich da ein bisschen... Was tun die? Die kannst du immer beeinflussen. Das sie machen. Die leben. Die leben. Das kann ja jeder das Spiel. Leider langsamer machen. Tut leben, tut leben, tut leben, tut leben, tut leben, tut leben. Dann kommt hier mal ein Luftangriff, bitch. Ach du Scheiße! Der Rüner hat doch einen Luft wereld an Abformjäger. Bist du dafür mit 4 Kills. Was hast du damit gemacht, Rieder? Keine Ahnung. Das Problem ist, der hat keinen Streitstoff mehr. Kein Streitstoff? Streitstoff. Oh, das hätte jetzt wehtun. Oh, jetzt kommt der Einlauf. Oh, jetzt kommt der Einlauf. Oh, jetzt kommt der Einlauf. Das gebe ich mal in Kino Perspektive. Saug! Oh, shit, 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 shit. Bumm! Ui, das war der Commander. Aus, nix, buff weg! Genau, da war ich so evil. Vor allem, dein Commander hat das arm Knopf eingeschlafen. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Das Schöne ist halt jetzt nichts mehr, was meine Leute ausspotten könnt. Außer die beiden Hilfskommando, deine Mitte. Und die, du natürlich auch weißt, bekommst Dacchio. Wiederherr, die in der Mitte. Weiter Luftangreifen. Beweyung! Der Leeser ist so unglaublich. Ob- oder die Stolz. Einballer von Leeser. Ja, was ist das Problem? Die Überladung, die ist zu stark. Nicht der Leeser. Der Leeser ist großartig. Das ist großartig. Der Leeser ist großartig. Und die Leeser ist großartig. Der Leeser ist großartig. Wo hat sich da... wieder versteckt? Das ist eine gute Frage. Sehn hat hauptsache noch einen kleinen Deckanzag am Speer. Und lass mich. Wo hat sich das Loot-Dele versteckt? Warum hab ich... ich hab ein Gefühl, was er ausbaut damit. Ist es der Teleport-Reeder? Ja, ich bin da! Ja, ich bin da! Ja, ich bin da! Ja, ich bin da! Gib mir nochmal die Definition von einem kurzen Beispiel. Ah, Reader und Heider bei Supreme Command. Alles fertig schon? Also es steht vor allem im Du denn. Okay, das ist ein bisschen schneller drin, dann kann er fertig werden. Heider mich im Grunde. Ist fertig. I'm firing my lasers. Reader, Reader, Reader. Ja. Da klopft was an. Im Sinne von, hau ab oder mach's weg. Mach's weg. Willst du was von mir, Bro? Oh? Du hast keine Torpedos. Ich hab Torpedos. Warum hat er das? Ich hab mein Leben als Kitasch für Torpedos. Fuck! 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 Was geht denn da ab? Warum geht der im Kreis? Oh mein! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Was ist das? Wird das denn wieder anspucken? Vielleicht h impeachment das? Schon scheiße, wenn du den Schildgenerator unter Wasser für den Teleporter täuscht. Wieviel muss der sein eigentlich schon sein Hater? Ich würd dich ja gern abbauen, aber das funktioniert leider nicht. Und der Wasser will ja nicht. 1.000 hast du den Hater abgezogen damit. Und wir gehen am Anfang machen und ich greife am Anfang an. Ich hab zuerst was ich getan hab, Kommander unter Wasser geben, Hilfskommandanten unter Wasser geben, Hilfskommandanten die Baubeschleunigung reingeben und die Kommandanten aufrüsten. Ja, hätte man das einmal angemacht. War das für dich gescheiter gewesen. Oh, bei der Aufnahme. Aufnahme, Tschüss. Nein!